Leute wir machen die Hotchip Challenge. So ihr müsst das aufmachen. Oh, kriegst du dich auf Digga? Giga rauner Triple Kick! Der hat einen 2. Handschuhe, du musst Handschuhe tragen! Ich mach auch ne Handschuhe! Du musst, wenn du deine Opa berührst! Du musst! Okay. Okay Leute. Du musst reinpusten. Was ist denn? Ich hab ein bisschen Angst. Wahrscheinlich werde ich kotzen vielleicht, aber egal. Hoffentlich. Ich krieg den Handschuhe nicht an. Ja Bro. Der steht sogar hier. Warte, mach nochmal. Du musst reinpusten. So. Wie ist der Typ Digga? Ja okay. Du darfst nicht anfassen Digga! Ah! Der steht Handschuhe! Nein! Wie schmeckt? Leg mal ab, leg mal ab! Was hast du gegessen? Ich hab noch nie ein Mädchen gehört. Dein Kopftuch! 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 Du bist ein Verrecken! Jetzt kommt gleich Feuer! Feuer! Der hat auch schön geklappt! Und? Lass mich mal gucken, es kommt Feuer! Ja! Ja, ich sehe, wie riecht es? Geh mal weg Digga! Zeig mal, zeig mal! Boah! Das ist nicht der Käse! Alles gut bei dir! Mama, Bila, die kann sterben! Die Nase ist bloß! Soll ich rennen? Doch, doch, doch! Am Ende stirbt noch! Trink, Digga! Trink doch, du stirbst gleich! Trink! Ich renne doch alle zu der Mund, Digga! Du kannst mir das Essen geben! Oh! Leck, die... Die hat alles aufgegessen! Die hat... Aber die hat... Ich bin schon mal in einer Ecke gestorben, Digga! Oh, wow! Was ist das? Solange mal in einer Ecke mal in etwas... Ja, aber die ist jetzt schon gegangen! Warte, wie ist es? 2,2 Millionen hat die! 2,2 Millionen! Ah! Ah!